Modelltest 6 Hörverstehen Teil 2 Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören diesen Text zweimal. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht. Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Sie werden dein Tablett 그대로 magazine bekommen und bereitstellen. In jeśli構ン ist nicht so, dass Sie keinen Begriff gewollt. Miros 주세요. Hören Sie jetzt das Gespräch. Hallo Leute, heute melden wir uns aus Berlin. Wir sind hier zu Besuch im Infofon-Büro, über das wir gern ein bisschen mehr erfahren wollten. Frau Böhme, dürfen wir Ihnen dazu einige Fragen stellen? Ja, gerne. Sie sind die Chefin dieses Büros. Können Sie uns bitte sagen, was Infofon genau macht? Also, wie informieren Jugendliche darüber, was hier los ist in Berlin? Das schaffe ich natürlich nicht alleine. Meine Mitarbeiterinnen helfen mir dabei, denn in manchen Monaten rufen bei uns um die 600 Personen an. Und was wollen die genau wissen? Naja, zum Beispiel, wo man hier in der Großstadt einen Ausflug machen kann. Schulklassen, die von weit her kommen, wollen wissen, wie sie ihren Aufenthalt planen können. Wir sind schon aus Großbritannien und Norwegen angerufen worden. Und die Berliner selbst? Die können erfahren, wo Jugendtheater gespielt wird, ob gerade ein Zirkus in der Stadt ist, was für Konzerte und Feste es gibt, welche die besten Discos sind. Das Angebot ist groß. Dauert es lange, bis man die gewünschte Information bekommt? Wir sind wochentags zwölf Stunden von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends zu erreichen. Es dauert schon 10 bis 20 Minuten, bis der Anrufer alle Angebote gehört hat. Aber wer möchte, hat auch die Möglichkeit, unsere Angebote im Internet unter www.spinnenwerk.de kennenzulernen. Werden noch Fragen gestellt, die Sie nicht beantworten können? Das kommt schon mal vor. Einmal wollte jemand wissen, wann und wo eine Skibörse stattfindet. Da musste ich erstmal selber herumtelefonieren. Nach einigen Tagen konnte ich dann den Skifahrer zurückrufen und ihm über meine Ergebnisse berichten. Welche Angebote sind denn am meisten gefragt? Ich würde sagen, alles, was mit Sport zu tun hat. Aber gerade in diesem Bereich können wir nicht so viel anbieten, weil die Sportvereine schon so viele Mitglieder haben. Die einzelnen Gruppen und Mannschaften sind meistens voll. Geht es bei den Fragen eigentlich nur um Unterhaltung? Na, manchmal nicht. Ab und zu müssen wir uns auch um ernste Angelegenheiten kümmern. Neulich zum Beispiel hat ein Jugendlicher angerufen, der zum zweiten Mal seine Lehre abgebrochen hat und nicht wusste, was er beruflich machen sollte. Da kann ein Gespräch schon mal eine Stunde dauern. Aber in besonders schwierigen Fällen sagen wir den Leuten, sie sollen bei einem Jugendnotdienst anrufen. An den kann man sich besser mit persönlichen Angelegenheiten wenden. Das heißt, dass Sie sich nicht mit Problemen beschäftigen? Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Dafür gibt es andere Stellen. In solchen Fällen können wir nur raten, wo man Hilfe finden kann. Ein Problem für uns ist manchmal, dass wir nicht verstehen, was jemand von uns wissen will. Beispielsweise rief da neulich ein 17-Jähriger an und fragte nach Charlotte. Wir dachten zunächst alle an Mädchen, das der Junge sucht. Bis ich herausstellte, dass er die Anschrift eines Theaters mit dem Namen Charlottchen haben wollte. Frau Möwe, das war wirklich ein interessantes Gespräch. Wir danken Ihnen. Ich habe zu danken. Hören Sie nun das Gespräch noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Hallo Leute, heute melden wir uns aus Berlin. Wir sind hier zu Besuch im Infofon-Büro, über das wir gern ein bisschen mehr erfahren wollten. Frau Böhme, dürfen wir Ihnen dazu einige Fragen stellen? Ja, gerne. Sie sind die Chefin dieses Büros. Können Sie uns bitte sagen, was Infofon genau macht? Also, wir informieren Jugendliche darüber, was hier los ist in Berlin. Das schaffe ich natürlich nicht alleine. Meine Mitarbeiterinnen helfen mir dabei, denn in manchen Monaten rufen bei uns um die 600 Personen an. Und was wollen die genau wissen? Na ja, zum Beispiel, wo man hier in der Großstadt einen Ausflug machen kann. Schulklassen, die von weit her kommen, wollen wissen, wie sie ihren Aufenthalt planen können. Wir sind schon aus Großbritannien und Norwegen angerufen worden. Und die Berliner selbst? Die können erfahren, wo Jugendtheater gespielt wird, ob gerade ein Zirkus in der Stadt ist, was für Konzerte und Feste gibt, welche die besten Discos sind. Und das Angebot ist groß. Dauert es lange, bis man die gewünschte Information bekommt? Wir sind wochentags zwölf Stunden von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends zu erreichen. Es dauert schon 10 bis 20 Minuten, bis der Anrufer alle Angebote gehört hat. Aber wer möchte, hat auch die Möglichkeit, unsere Angebote im Internet unter www.spinnenwerk.de kennenzulernen. Werden auch Fragen gestellt, die Sie nicht beantworten können? Das kommt schon mal vor. Einmal wollte jemand wissen, wann und wo eine Skibörse stattfindet. Da musste ich erstmal selber herumtelefonieren. Nach einigen Tagen konnte ich dann den Skifahrer zurückrufen und ihm über meine Ergebnisse berichten. Welche Angebote sind denn am meisten gefragt? Ich würde sagen, alles, was mit Sport zu tun hat. Aber gerade in diesem Bereich können wir nicht so viel anbieten, weil die Sportvereine schon so viele Mitglieder haben. Die einzelnen Gruppen und Mannschaften sind meistens voll. Geht es bei den Fragen eigentlich nur um Unterhaltung? Na, manchmal nicht. Ab und zu müssen wir uns auch um ernste Angelegenheiten kümmern. Neulich zum Beispiel hat ein Jugendlicher angerufen, der zum zweiten Mal seine Lehre abgebrochen hat und nicht wusste, was er beruflich machen sollte. Da kann ein Gespräch schon mal eine Stunde dauern. Aber in besonders schwierigen Fällen sagen wir den Leuten, sie sollen bei einem Jugendnotdienst anrufen. An den kann man sich besser mit persönlichen Angelegenheiten wenden. Das heißt, dass Sie sich nicht mit Problemen beschäftigen? Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Dafür gibt es andere Stellen. In solchen Fällen können wir nur raten, wo man Hilfe finden kann. Ein Problem für uns ist manchmal, dass wir nicht verstehen, was jemand von uns wissen will. Beispielsweise rief da neulich ein 17-Jähriger an und fragte nach Charlotte. Wir dachten zunächst alle an Mädchen, dass der Junge sucht. Bis ich herausstellte, dass er die Anschrift eines Theaters mit dem Namen Charlottchen haben wollte. Frau Möge, das war wirklich ein interessantes Gespräch. Wir danken ihm. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020